In nur 50 Tagen, ab dem 1. Jänner 2024, tritt die nächste Etappe der CO2-Steuer der Bundesregierung in Kraft. Autofahrer müssen dann durchschnittlich 7 Euro mehr an der Tankstelle bezahlen und die Unzufriedenheit breitet sich bereits unter den Fahrern aus. Denn der Besuch an der Tankstelle ist für viele Autofahrer bereits jetzt aufgrund der hohen Preise eine finanzielle Belastung. Trotzdem steigen die Kosten ab dem 1. Jänner 2024 erneut. Durch die nächste Stufe der CO2-Bepreisung wird der Benzinpreis pro Liter um etwa 10 Cent teurer. Ein voller Tank, also 70 Liter, schlägt somit mit 7 Euro mehr für die Österreicher zu Buche. Doch das ist nicht alles. Unternehmen werden die zusätzlichen Transportkosten auf ihre Kunden abwälzen. Was wieder zu weiteren Preisanstiegen für Waren des täglichen Lebens führen wird. In den sozialen Netzwerken macht sich Unzufriedenheit breit. Denn Fahrzeuge werden meist nicht zum Spaß angeschafft, sondern dienen dazu, zum Arbeitsplatz zu gelangen, Kinder in die Schule zu bringen oder zur Besorgung von Lebensmitteln für die Familie. Bei den hohen Energiepreisen der Vergangenheit wäre wohl ein Aussetzen dieser CO2-Steuer eher angesagt, als die österreichische Bevölkerung bei den bestehenden Preissteigerungen noch mehr zur Kasse zu bitten. Bei den hohen Energiepreisen der Bureinen